Hi Marie, ich wollte dich was fragen. What? Du hast es nicht im Ernst gerade aufgelegt? Bist du behindert? Kennen sie das? Sie rufen ihren Internetprovider an, der legt einfach auf, obwohl es Montag ist. Falls ja, haben wir da was für sie, und zwar den PowerPod. Reinstecken, anrufen und beim Angerufenen passiert folgendes. Later! It's your boy, PowerPod, mit dem sie übrigens auch noch darüber hinaus Dinge aufladen können, aber wir denken, dass die meisten Menschen diese Funktion eher weniger nutzen werden. Kabelsalat, get out of here. Ja gut, bis auf das Ladekabel, aber das ist doch groß wie ein kleiner Schniedel. Einfach reinstecken und loslegen. Es ist so einfach. Mal wieder eine E-Mail an Autor geschrieben, aber keiner Sau schreibt zurück. Liebes Autor-Team, wo sind meine verschissenen Freiminuten? Sie wissen nicht, wo sie sind? Wo bin ich? Sie haben ihr Ziel erreicht. Wo haben? Können Sie mir bitte sagen, wo wir hier sind? In Nürnberg. Haben Sie auch einen sehr jungen Kundenberater bei der Telekom? Tut mir leid, da kann ich hier nicht weiterhelfen. Das nehmen wir für Sie in die Hand. Das Ziel ist in Sichtweite. PowerPod verbessert der Aim um 30%. Stromrechnung mal wieder nicht bezahlt. Oh. Ich will die Scheidung. Und die Musik will ich auch. Oh Gott, ich glaube, mein Akku ist leer. Ich brauche Energie. Ich brauche meinen PowerPod. Oh Gott, ich höre mich immer genauso an. Und mein Akku, der ist... Das Gerät ist so klein, dass sie es spielend verlieren können. Wie auch ihre Schlüssel, ihren Rucksack oder ihre Handtasche. Das habe ich heute am Strand gefunden. Komm, wir machen ein Foto. PowerPod bringt Freude in ihr Leben. Und jetzt passen Sie auf, wenn Sie noch heute bestellen, bekommen Sie zwei PowerPods zum Preis von dreien. Easy peasy lemon squeezy, meine Damen und Herren. Und zu greif. 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 Vielen Dank.